Musik Wir helfen hier und jetzt. Der ASB Ortsverband Löbau e.V. bietet gezielte fachgerechte Betreuung und Hilfen nach individuellen Wünschen, Erfordernissen und Notwendigkeiten an. Der Mensch steht bei uns rund um die Uhr im Mittelpunkt. In der Oberlausitz bietet der ASB Ortsverband Löbau e.V. drei Häuser mit seniorengerechten Wohnungen. Haben Sie gewusst, dass Sie sich in unseren drei Häusern trotz hohen Alters in den eigenen vier Wänden rundum wohlfühlen können? Na klar, unsere großen Wohnungen sind modern und barrierefrei ausgestattet, sowie an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst. Entdecken Sie den individuellen Charme der Häuser, z.B. in Form der Einbauküchen, die Ihnen Freiheit bei der Selbstversorgung ermöglicht, oder die Balkone mit wunderschönem Blick auf das Oberlausitzer Bergland. Hier können Sie wirklich eigenständig leben und auf Ihren Wunsch hin vermitteln wir Pflege- und Betreuungsleistungen oder kümmern uns um Ihre hauswirtschaftliche Versorgung. Trotz Krankheit oder Pflegebedürftigkeit zu Hause wohnen? Unsere ambulanten Dienste helfen dabei, diesen Wunsch zu erfüllen. Wie z.B. bei Else Kutschke aus Kunewalde. Jeden Tag kommt unsere Schwester zum Hausbesuch vorbei und schaut nach der rüstigen Seniorin. Ob Hilfe bei der Körperpflege, ein Verbandswechsel oder eine Injektion, wir leisten alle ärztlich verordneten Behandlungs- und Krankenpflegemaßnahmen. Natürlich unterstützen wir Sie auch bei den täglichen Aufgaben, die der Haushalt stellt. Rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, sind wir für Sie da. Gut versorgt in der vertrauten häuslichen Umgebung. Ob mit Hausnotrufdienst, Essen auf Rädern oder unserem Pflege-Plus-Paket, sprechen Sie einfach mit uns. Wir sind für Menschen da, die tagsüber nicht mehr allein zu Hause sein können oder wollen, oder auch um ihre pflegenden Angehörige zu entlasten. Jede Woche ist unser Fahrdienst mit den behindertengerecht ausgestatteten Fahrzeugen und der großen Sonnenblume unterwegs und holt Senioren von zu Hause ab. Ihr Ziel ist die alten Tagespflege auf der Güterstraße 14 in Löbau. Dort übernimmt unser Team die Betreuung der bis zu zwölf Tagesgäste. Gemeinsam wird mit Ihnen gegessen, gesungen oder aus der Zeitung vorgelesen. Wir gestalten jeden Tag ganz individuell nach dem Wohlbefinden des Einzelnen in der Gruppe und bringen Sie am Nachmittag mit dem Fahrdienst bequem wieder nach Hause. Mit unseren sieben Einrichtungen für stationäre Pflege bieten wir Senioren und pflegebedürftigen Menschen eine Heimat für ihren Lebensabend. Geborgenheit, eine professionelle Betreuung und liebevolle Pflege werden durch unser ausgebildetes Fachpersonal rund um die Uhr garantiert. So zum Beispiel unterhalb des Kottmark-Gipfels in Oberkunnersdorf, wo sich inmitten einer großen Parkanlage unser Seniorenpflegeheim am Kuppa befindet. Oder mitten im Oberlausitzer Bergland, das Seniorenpflegeheim am Großen Stein in Leutersdorf. Übrigens, an allen Standorten bieten unsere Mitarbeiter mehrmals täglich verschiedenste Angebote der sozialen Betreuung an. Zum Beispiel Sport- und Gymnastikübungen, Musiktherapien, Gesellschaftsrunden oder kulturelle Veranstaltungen. Es sind die kleinen Freuden, die einen Lebensabend in Würde bieten. Mit der Unterstützung unseres Fachpersonals können und sollen die Heimbewohner ihren Alltag ganz individuell nach ihren Möglichkeiten gestalten. Der ASB-Ortsverband Löbau e.V. bietet noch eine Vielzahl von weiteren Angeboten im südlichen Teil des Landkreises Görlitz. So leben in Oberkunnersdorf 40 chronisch-psychisch-kranke Menschen in vier kleinen Bereichen einer sozialtherapeutischen Wohnstätte. Ob Kochen, Backen oder Werkeln, Tischtennisspielen, Einkaufen oder Wäsche waschen. Es sind die alltäglichen Dinge, die das Selbstvertrauen und die Gemeinschaft stärken sollen. Lernen, Verantwortung zu übernehmen und Konflikte konstruktiv zu lösen. Darüber hinaus bieten wir ein ambulant betreutes Wohnen für chronisch-psychisch-kranke Menschen und einen sozialpsychiatrischen Dienst zur Beratung und Begleitung von psychisch Erkrankten und deren Angehörigen. Gern vermitteln wir auch den Kontakt zu ausgewählten Selbsthilfegruppen. Mit unserer ASB-Rettungs- und Sozialdienst GGMBH Löbau sind wir Vertragspartner aller Krankenkassen und in den öffentlichen Krankentransport- und Rettungsdienst des Landkreises Görlitz eingebunden. Und noch viel mehr. Eine staatliche Anerkennung unserer Wachen in Löbau und Bernstadt zu Lehrrettungswachen ermöglicht es uns, künftige Mitarbeiter im Rettungsdienst auszubilden. Wissen kann Leben retten. Der Löbauer ASB bietet regelmäßig Erste-Hilfe-Grundkurse sowie Ausbildungsangebote für lebensrettende Sofortmaßnahmen an. Ob als Bedingung für die Erlangung des Führerscheins oder als betriebliche Weiterbildung. Bei uns lernen Sie das Einmaleins der Lebensrettung kennen. Übrigens gelten unsere Angebote auch für Schulen und Vereine. Mit über 500 Mitarbeitern sind wir einer der größten Arbeitgeber im Landkreis Görlitz. Der ASB Löbau investiert langfristig in die Zukunft und bietet attraktive Ausbildungsmöglichkeiten. Vom Altenpfleger, Koch bis hin zum Rettungsassistenten. Auch eine kaufmännische Laufbahn kann bei uns beginnen. Zur beruflichen Orientierung können Sie aber auch den Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr in unseren Einrichtungen absolvieren. Über aktuelle Themen und Beiträge sowie Bereiche, in denen wir uns engagieren, können Sie sich auf unserer Internetseite www.asb-löbau.de informieren. Helfen ist unsere Aufgabe. Hier und jetzt.